Man muss richtig jetzt an der Grenze der Nerven irgendwo arbeiten. Wir sehen es ja, von Stunde muss man einsatzbereit sein. Man muss richtig prüfen, geht es noch oder man muss abwägen, welche Verluste habe ich auf dem Acker und mit welcher Feuchtigkeit muss ich dreschen. Ich muss dreschen, entweder ich kriege es oder ich lasse es der Natur. Geschafft, die Keilriemen laufen. Der Einzugskanal ist wieder frei, der Mähdrescher einsatzbereit. Doch was macht das Wetter? Der Himmel ist schon wieder voller Geigen, wenn man so das sieht. So sieht jetzt hier lauter Wolken und kein Ende bis Montag schon wieder Regen angesagt. Jeden Tag, also es ist zum Verrücktwerden, wie 1993. Genau derselbe Mist. Vier Wochen lang Wintergerste gedroschen. Vier Wochen, jeden Tag, zwei, drei Stunden ohne Ende. Und jetzt derselbe Mist. Aber man muss trotzdem zufrieden sein. Das hilft nicht. Wir leben mit der Natur und die Natur ist unser Partner und wir sind ihr Partner. Und wir richten und stellen uns darauf ein. Das hilft nicht. Ihr Mähdrescher gehören zu den größten auf der ganzen Welt. Werden sie es heute schaffen? 18.30 Uhr. Noch 15 Hektar. Es ist trocken. 20 Uhr. Noch 10 Hektar. 20 Uhr. noch 15 Hektar. 21 Uhr, abbunkern. Gott sei Dank. Immer noch kein Regen. 22 Uhr 15. Sie haben es geschafft. Ja, hier so, was? Machen wir. Kein Thema. Komm mal her, Jungs, alle. Arno, bei Fuß. Das ganze gute Männer versteckt die Besen, wenn das die Frauen sind. Dann können sie dran gewöhnen, dann musst du auch was machen. Gut. Da kommt noch einer. Ja, ist egal. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das heute noch schaffen. Aber ich denke mal, alle Krücken haben richtig durchgehalten. Die Männer haben durchgehalten, der Transport hat geklappt. Also habt ihr gut gemacht, Jungs. Wichtig ist, dass ihr dahinter gestanden habt. Und wenn der Sommer so verrückt und nass bleibt, für den nächsten Einsatz gibt es Kante. Dann wissen wir, wie der Hase läuft. Corinth privat ist mit dem Lahm 설chen. Vielleicht ist das. Die Hase Ltd. Dann b Emil. Dann fеспade dir und wieder. Dann kommen viele Räufe. Dann kommen alle Räufe. Dann kommen alle Räufe. Dann sind alle Räufe.